Heute machen Pascal und ich einen Workshop und wir benutzen zwei verschiedene Arten von Drucktechniken. Die erste Drucktechnik heisst Monotyp und die zweite Drucktechnik ist eine Technik, dass wir eigene Zeichnungen eigentlich in negativ setzen können mit Ölfarbe. Aber wir bereiten hier nebenan in den Raum Collagen vor, sodass alle Teilnehmer eigentlich seine eigene Kreativität direkt in ein Resultat setzen können. Und die Idee ist am Ende eigentlich eine Wand, wie man hier sieht, mit originalen Collagen Monotypen Drucktechniken zu zeigen. Er benutzt Monotyp und das ist die einzige Drucktechnik, dass wir die Hintenseite von einer Collagen oder einer Fotokopie oder einer Zeichnungen in Ölfarbe einladen, diese Hintenseite von oder man kann auch direkt zeichnen, ein weißes Blatt, auf diese eine Walz-Hotplatte und dann kommt die Zeichnung eigentlich in negativ auf die andere Seite. Man nimmt ein Papier, wenn man macht, man macht vier, drei. Mit Papier hat man Wolken oder mit Walzen ist es ganz fein. Und Pascal arbeitet ganz gerne mit dicke Edding-Sichten. Ich zeige es mal kurz. Man kann, wenn man etwas unsicher ist, auch das Blatt festlegen. Man kann hier das ein, hat man Lust auf Bewegung oder ein glattes Flach und so weiter. Und das soll ich zusammen mit Ihnen eigentlich entdecken. Und hier, nee, die Rand zeige ich mal kurz. Das Beste Resultat, wenn wir knoxig in die Walzen die Ölfarbe gut ausschmieren, dann kann man die Linie hier sehr sich hier klaren. Wenn wir nicht als Papier arbeiten, dann haben wir Bewegung. Aber verschwindet die auch Eine Kombination von verschiedenen Zielen, hier haben wir ein Monotip, das wir gerade machen. Es gibt auch Durchzeichen mit Farben und die nehmen wir später das in den Außenbereich zu kleben. Mit den Tapetenkleben, um das Street-Art-Idee zu bringen, die Collage eigentlich aus Fotokopin, aus Monotip, ausbreiten zu etwas Farben. Ich habe nur eine Zeichen, die du brauchst, eine Farbe zu tun. Ich habe nur eine Zeichen, die du brauchst. Ja. So? Ja. 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 Hier sieht man einige Resultate von den Workshops. So, die verschiedenen Schritte in das Prozess. Hier sehen wir eigentlich die monotypen, die Drucktechniken, die wir mittels von Collagen. Und Pascal, zeig mal deine Arbeit. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht?